Herzlich willkommen und schön, dass du dir mit einschaltest. Gleich vorweg, abonnier den Kanal, aktivier die Glocke und lass mir gerne einen Daumen da. Like das Video, teil das gerne mit allen, die meine Videos kennen sollten, weil sie sich einfach mit der Bildbearbeitung beschäftigen. Punkt. Einfach Punkt. Okay? Macht das gerne, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Worum geht es heute? Heute geht es eigentlich darum, wie wir einen Hintergrundweicher zeichnen können, ohne dass wir ungewollte Halo-Effekte kriegen oder beziehungsweise einen Glow-Effekt. Ich würde dir mal ganz kurz zeigen, worüber wir eigentlich sprechen, beziehungsweise was ich meine. Ich habe hier dieses Bild und angenommen, wir wollen den Hintergrund einfach noch unschärfer gestalten. Ich mache das jetzt mal auf ganz klassischen Wege. Ich dupliziere mir einmal die Ebene und sage, ich nehme mir über das Objektauswahlwerkzeug, ziehe ich mir jetzt eine Auswahl. So, und die packe ich an die obere Ebene, weil das hier ist am Ende die Person und das ist der Hintergrund. Okay? Und was man jetzt ganz oft sieht, ist, dass viele jetzt einfach bei dem Hintergrund auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gausser, Weichzeichner gehen und das Ganze weichzeichnen. Okay, ich überspitze das Ganze jetzt mal, weil dann sieht man nämlich eigentlich ganz schön, was passiert. So. Also, der Hintergrund ist weicher gezeichnet. Ist jetzt vollkommen egal, ob wir eigentlich eine abfallende Schärfe nach vorne haben müssten oder beziehungsweise, dass sie nach hinten weiter unschärfer wird. Da zeige ich dir auch gleich, wie du sowas bewerkstelligen kannst. Aber letzten Endes geht es erstmal darum, zu verstehen, schau mal, ich zeichne weich und ich bekomme hier einen Glow-Effekt. Hier sehen wir es ganz stark. Ich bekomme einen Glow-Effekt. Und dieser Glow-Effekt hier bei den Haaren sieht man ganz toll. Der kommt deswegen zustande, weil eine Kontur, die wir weichzeichnen, in zwei Richtungen weich gezeichnet wird. Und das möchte ich dir beweisen, das möchte ich dir kurz zeigen. Denn wenn wir uns jetzt hier einfach mal eine, ich nehme mal so eine Ebene, zack, und jetzt bauen wir uns einfach mal hier eine rote Linie auf. So. Diese rote Linie, die ist jetzt relativ klar. Das ist unsere Kontur. Also eine Kontur kann jetzt alles um eine Person drumherum sein oder auch innerhalb einer Person. So. Wenn ich jetzt auf Filter, Weichzeichnungsfilter, weil ich ja Weichzeichner gehe, und ich reduziere das jetzt mal kurz auf Minimum. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter nach oben und schau mal, was passiert. Die Weichzeichnung geht einfach in beide Richtungen. Und das ist eigentlich genau das, was wir eher weniger bis gar nicht haben wollen, wenn wir den Hintergrund weichzeichnen. Denn diese Kontur, also du musst dir jetzt mal vorstellen, hier hinten, das hier, ist unsere Person. Und das ist unser Hintergrund. Na, ich kürze das mal ab mit HG. Das bedeutet, wenn wir den Hintergrund weichzeichnen, dann wollen wir eigentlich nur, dass dieser Bereich weichgezeichnet wird. Dieser hier. Aber das, was hier unten ist, eigentlich nicht. Dadurch, dass aber alles immer in beide Richtungen weichgezeichnet wird, kommen natürlich Bestandteile der Person in den Hintergrund mit rein. Eigentlich das, was wir gar nicht wollen. Und das ist nämlich genau das, was wir hier sehen. Wir haben die Person und die Person wird weichgezeichnet. Und dadurch, dass es in beide Richtungen geht, streut die in den Hintergrund rein. Und das ist der Grund, warum wir diesen Halo-Effekt haben. Spannend, oder? Wie können wir das verhindern? Pass auf, der einfachste Weg ist folgender. Ich mache mal alles rückgängig. So, komplett. Zack. Jetzt haben wir hier zwei Ebenen. Also wir können die erste auch noch löschen. Jetzt haben wir den Ursprung wieder hergestellt. Was ich machen würde, ist folgendes. Ich würde die Ebene duplizieren, ausblenden und die originale Ebene, die rastern wir mal. Weil wir brauchen kein Smart-Objekt, sondern wir brauchen eine gerasterte Ebene. So, und jetzt gehen wir mal auf Auswahl. Ach nein, Quatsch. Wir gehen auf Objektauswahl, Cloud-basiert, Motiv auswählen. Denn die KI darf gerne analysieren, wo sich die Person befindet. Darf eine Auswahl davon machen. Jetzt gehen wir auf Auswahl, Auswahl verändern, erweitern. Und erweitern das Ganze einfach mal um beispielsweise 10 Pixel. Und du siehst, dass das Ganze jetzt von der Person abweicht. Bringen wir nochmal Klarheit rein. Die Ebene hier oben ist die Person und das ist der Hintergrund. Auf der Hintergrund-Ebene müssen wir die Person rausrechnen. Und das ist der Trick dahinter. Wir gehen auf Bearbeiten. Wir gehen auf Bearbeiten. Fläche füllen. Achten darauf, dass wir hier Inhalts basiert haben. Sage OK. Und jetzt wird die Person rausgerechnet. So gut es geht. Wir haben hier ein paar kleine Knackpunkte noch. Da würde ich jetzt einfach das Lasso nehmen. Und das Ganze hier nochmal kurz umfahren. Und jetzt auch wieder Bearbeiten. Fläche füllen. Und Inhalts basiert machen. So. Zack ist das raus. Die Person ist raus. Und jetzt machen wir folgendes. Wir gehen auf die Person. Also auf die Ebene Person. Machen wieder Cloud-basiert die Motivauswahl. und hängen das hier dran. Und jetzt. Schau mal. Jetzt können wir auf den Hintergrund gehen. Filter. Weichzeichnungsfilter. Gauscher Weichzeichner. Und können es weichzeichnen. Ohne, dass wir einen Glow-Effekt haben. Weil wir nämlich gar keine Person mehr haben, die überhaupt in beide Richtungen streuen kann. Sondern das, was in beide Richtungen streut, ist halt einfach der Hintergrund. Also rechne einfach dein Objekt vorher raus und zeichne dann den Hintergrund weich. Dann hast du nämlich genau dieses Problem nicht. Und kannst wunderbar damit arbeiten. So. Und wenn wir das Ganze etwas realistischer machen wollen würden, dann würde ich dir empfehlen, okay, wir gehen mal auf Filter. Neuralfilter. Lassen wir uns mal eine Tiefenunschärfe generieren. Und das. Also entweder fängst du jetzt an, hier rüber eine Unschärfe zu generieren. Dann siehst du schon, okay, das wird von vorne, bleibt es ein bisschen schärfer und nach hinten wird es unschärfer. Oder du sagst, du möchtest das Ganze als Tiefenmap ausgeben und kannst dann damit einfach weiterarbeiten. Ja, bestätigen wir das Ganze mal. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, auf dem eigentlichen Hintergrund zu sagen, ich gehe mal in die Weichzeichnungsgalerie und ich nehme die Tillshift-Weichzeichnung, denn hier habe ich nämlich die wunderbare Möglichkeit, eine Verlagerung zu implementieren und diese entsprechend auch auszuweiten. Ja, jetzt kann ich das Ganze etwas gröber machen, machen, sage okay. Und zusätzlich habe ich jetzt hier noch meine Tiefenmap, wo ich mir einfach eine Auswahl ziele. Ich gehe da jetzt mal relativ fix durch und packe das Ganze an meinen Filter ran, an die Filtermaske. Hoppla, an die Filtermaske und das Ganze jetzt mit Schwarz füllen. Ja, und dann habe ich hier nämlich eine schöne Tiefenmap, die nach hinten die Weichzeichnung einfach realistischer macht. Jetzt können wir die Person da vorlegen und jetzt haben wir eine Weichzeichnung nach hinten. Schauen wir nochmal. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Wir haben jetzt hier ein bisschen Struktur verloren, weil wir halt etwas gefüllt haben, aber das kann man ja natürlich alles ein bisschen schöner und genauer machen. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, um den Glow-Effekt zu minimieren, beziehungsweise zu eliminieren, gar nicht zu bekommen und eine Tiefenmap zu erzeugen, um eine realistische Unschärfe nach hinten zu setzen. Das ist das, was ich dir heute zeigen wollte, wie du Hintergründe schöner, unschärfer gestalten kannst, wenn du keine künstlichen Hintergründe einziehst und worauf du letzten Endes ein bisschen achten solltest. Okay, es gibt noch weitere Methoden und man muss ja nicht immer alles in ein Video packen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, was du von der Methode erhältst, wie du dem ganzen Problem aus dem Weg gehst und was für dich dein Lösungsansatz gewesen wäre. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.